Aber das ist doch nicht viel. Wie kann das jetzt... Ist das das vielleicht? Ich steh mir jetzt nicht ganz, ne? Warte, dann fliegen wir. Das. Moment, die gab's doch. Die sind komisch... Da hat das Ding, oder? Ne, ich muss da mal drehen. Äh... Äh... Was ist denn... Da... Äh, kann man unten? Ja. Das hat damit nichts zu tun, oder? Ne. Komisch. Gut. Und fliegen wir mal weiter. Wir müssen... Hier glaube ich hin. Ne? Oder? Neos? Ich will mich jetzt nicht verirren, aber... Ach, das ist... Mal... 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 Oh, die beiden Dickerchen haben in der Mitte schon viel Schaden Die Wamse sind auf jeden Fall heftig da Die Bobonark Oder Bongo Bongo Keine Ahnung Okay, den schaffen wir vielleicht so 300 Schaden machen wir locker Au, aber auch bei mir so viel Äh, ich mach einfach so So Mach du die Zauberheil Mach die Vollheilung auf Flash Das ist okay Komm Komm schon, komm schon, komm schon, tschüss Tschüss Dankeschön Und auf nimmerwiedersehen Oh, da ist eine Flasche frische Milch da Kannst du mal bitte Pling machen eigentlich Das nächste Teil fertig ist Er muss erst höher, tipp ich mal Geil Geil Mal so Der kann kabumm, der kann not an das Feuer Und ich kann das einfach Probieren wir mal aus Da haben wir beide extrem viel Schaden Problem Aua Aua Tod Gut Hab ich gesagt Ist das auch schon erledigt mit den Beinen Wir müssen ja erst hier Irgendwie Oder? Oder kommen wir da noch? Ach, wir können hier noch an der Seite runter Das hat die voll verpeilt Und ich darf da so viele angeholfen Kostenspielige Mana-Runde Machen wir das so Machen wir das so Machen wir das so Ach, das sind auch noch welche, okay Können wir uns das noch die Machen wir das so Ach, Multi Ja gut Naja, immerhin etwas geheilt Noch nicht so schlimm Macht nix Lass es krachen Alle wieder da Super So 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 Nö Todisch Das passt jetzt alles Ich gehe jetzt ein, zwei tot Zwei schon mal tot Das könnte nochmal drei und vier Nächster tot Jetzt könnten die anderen beiden jetzt auch noch fallen Sauber 200 Oh, die Haltung Ach, warte mal Wie kommen wir jetzt da denn hin? Hä? Total crazy Dann gehen wir mal erst mal, okay Hat die, hat die Gruppe noch nicht bemerkt Okay, dann machen wir Fähigkeiten Vielleicht Merkurstoß Äh, zick Schmorpel Ah, da machen wir Zyrapfen Bam Soh, zoh, 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 zoh Komm, ich will doch nur einen schönen Weg haben So, was ist das, oh, nun, nun, jetzt kommen wieder Monster, Monster, nein, 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 ich will nicht Wieso noch was, oh, drei jetzt, Dämonen Ja, komm, kreisfähiger Ah, das sind sie Schmännisch, Mord, definitiv nicht, clear Und Zauber Raus Ah, der Schrand ist nicht da hoch, aber naja Oh Zwei schon mal tot, das ist geil Jetzt machen wir verstandene Griffe Und vielleicht noch bei Na'Angelo Die Multi-Heilung Ziehen wir mal eben durch Okay, wenigstens alle Ein bisschen weniger Mana Geheilt Sauber Ah, ihr musst Leveln kann man eigentlich ganz gut hier So Da kann man ja nicht runter Da fehlt ja auch die Treppe Da ist ja die Treppe kaputt Hier wäre die einzige Möglichkeit, wo ich jetzt noch langen könnte, glaube ich Ah, komm, wir lassen Wir lassen es scheppern 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 Nein, nicht, 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 ja Lass es krochen Pikachu, dann aber jetzt Alle Ja, wir haben keine Richtigen Möglichkeiten mehr Gab's Da ging es hier noch Warte, hier ging es ja auch nur noch in den Keller runter Und da hatten wir ja die Truhe Und ich glaube hier In dieses Mittelding Müssen wir irgendwie reinkommen Aber nur wie Wir leben, ob ich noch auch Jessica sieht nicht gut aus Aber wir machen alle ein Ich hab mal so eine kleine Farmrunde gemacht Die würde sagen Ich cut, beziehungsweise Beende mal hier diese Folge Und ich würde sagen Wir sehen uns bis zum nächsten Mal Euer Flashhitter Und bis dahin Wir sehen uns bis zum nächsten Mal